Musik Ich verrate nicht, wann ich mich habe tätowieren lassen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich mich überhaupt jemals tätowieren lasse. Und ich glaube, das steht für sich, das muss man gar nicht weiter kommentieren. Musik Eigentlich trage ich immer die gleichen Schuhe. Also ich habe sehr viele Schuhe, aber ich ziehe immer die gleichen an. Also ich habe ein paar hohe Schuhe und trage dann eigentlich immer nur das. Ich habe ein paar Stiefel, trage immer nur das. Und ich habe ein paar Turnschuhe, was ich immer anziehe. Und das, obwohl ich eigentlich theoretisch eine Riesenauswahl hätte. Aber irgendwie ziehe ich dann immer die gleichen Schuhe an. Musik Ich brauche eigentlich morgens kaum Zeit, um mich aufzubrezeln, weil mir das privat egal ist. Also ich würde mich privat nicht schminken. Das ist mir viel zu aufwendig, einfach um privat rauszugehen. Und beruflich werde ich eigentlich schminkt. Also eigentlich schmink ich mich selber gar nicht. Und ich meine Duschen, wie lange dauert das? Fünf Minuten? Anziehen nochmal fünf Minuten? Aber das war es dann auch schon. Musik Musik Musik